Wie oft musstest du in deinem Leben deinen Job erklären? Oh, eigentlich schon vielleicht 40 Mal oder so. 40 Mal? Ja. Du datest aber ganz schön viel, Drache. Schön wär's. Gut, okay. Also, Drache, schön, dass du da bist, Mensch. Ja. Wollen wir, willst du dich mit Nickname ansprechen oder lieber mit Vornamen? Nee, bleib vorbei mit Nickname. Okay. Dann machen wir ein Nickname, ist ja gar kein Problem. Drache. Ja, Nils. Also, du weißt ja, worum es geht, ne? Ja. Wir wollen ja heute mal ein bisschen über deinen Job sprechen. Ich hab mir das gerade extra nochmal durchgelesen. Also, ich hab mir das vorher schon durchgelesen. Aber deine Jobbezeichnung ist ja, naja, länger als Romane, die ich normalerweise bei Audible höre. Ja. Ja. Vielleicht. Ich hab ich mal in deinen Job irgendwie versuchen reinzuversetzen. Also, ich hab erst typische Grundschule gemacht, wie man so anfängt. Und bei mir war es halt früher schon die Frage, mach ich Realschule oder Hauptschule? Meine Eltern haben damals entschieden, ich mach Hauptschule weiter. War dort okay, zu sagen. Bin raus mit in Ordnung von Noten her. Hab damals dann noch, weil ich halt relativ jung war, mit 15 bin ich, glaube ich, raus. Und die manche Firmen nehmen dich halt erst mit 16 für eine Ausbildung. Hab ich nochmal ein Jahr Schule gemacht. Das war dann quasi das erste Jahr von der Zerspaner-Ausbildung. Hab ich nochmal zusätzlich gemacht in der Schule. Und bin danach dann in die Ausbildung rein als Zerspaner. Und hab dann halt eben eine dreieinhalb Jahre gelernt. Eine super Ausbildung hingelegt mit super Noten. Und hab dadurch dann eben eine mittlere Reife bekommen. Was ein Plus war dazu. Bin dann zum einen in die Stufe aufgestiegen. Hab dann in der Firma ein Jahr gearbeitet. Die wollten mich halt nicht mehr haben. Dann bin ich raus. Hab bei einem Kleinbetrieb angefangen. Hab dann dort nebenher, neben der Arbeit, meinen Meister gemacht. Und dank meinem Meister, den ich jetzt habe, bin ich quasi jetzt auch im Bachelor-Bereich. Und könnte jetzt anfangen zu studieren, wenn ich darauf Bock hätte. Was ich definitiv nicht habe. Okay. Und da stehe ich jetzt. Und hab jetzt natürlich auch Ende letzten Jahres noch meinen Job gewechselt. Bin aus einem kleinen Betrieb raus. In einen bisschen größeren Betrieb. Mit so 20, 25 Leuten. Und fertig jetzt Teile für die Raumfahrt unter anderem. Du fertigst Teile für die Raumfahrt? Ja. Also was können wir uns denn jetzt vorstellen, was, also wenn du darüber reden darfst, das weiß ich ja nicht. Was für Teile fertigst du denn da? Ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe jetzt Teile gemacht. Die werden später auf jeden Fall die Erde verlassen. So viel kann ich sagen. Okay. Weiter kann ich leider nicht wirklich was sagen, weil das Ding wird noch fünf bis zehn Jahre dauern, bis da mal was passiert. Ja, das ist ja okay. Das ist ja nicht schlimm. Aber das ist ja, also ist das für dich, wenn du jetzt so deinen schulischen Weg siehst oder deinen Werdegang, ist das für dich so ein starkes, wie sagt man denn, eine Errungenschaft, dass du da sehr stolz drauf bist? Kann man sagen, ja. Also ich bin, auf jeden Fall, ich bin schulisch nie gut gewesen und bin eigentlich froh, dass ich ernsthaft den Meister geschafft habe und dass ich da jetzt wirklich relativ sagen kann, ich habe gut was erreicht. Und klar, und ich bin halt, ich bin auch extrem stolz auf das, dass meine Leistungen in der Firma, das, was ich mache, das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Und das wird auch entsprechend von meinem Chef und meinem Vorgesetzten so angenommen. Also ich bin da relativ hoher Stellenwert, wie das angeht. Wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückspulen und in deine Anfänge gehen, was hast du denn, also was können wir uns vorstellen, was du gelernt hast? Weil wenn du sagst, du fertigst Teile, ja, das ist ja von bis, also von, ich drücke einen Knopf und die Maschine macht den Rest bis hin zu, ich fertige viel selber. Also wie sah denn so deine Ausbildung aus, was du so in deinem Handwerk gelernt hast? Also an sich kann man das erste Jahr gleichstellen mit dem Industriemechaniker, weil sie sind beide sehr ähnlich. Wenn auch das eine heißt, zerspannen, das ist mehr auf dem zerspannen Teil. Industrie ist mehr dann wieder am Ende Wartung und so weiter. Und am Anfang ist klar immer dasselbe. Erstmal lernt man Messmittel zu bedienen, dann fängt man an mit der Pfeile und pfeilt ein bisschen an einem Stahlklotz durch die Gegend, ein, zwei Monate, kriegt Schwielen an den Händen und hasst das Ding und möchte es am liebsten wegschmeißen. Und dann geht es halt langsam weiter mit Bohren lernen an der Bohrmaschine, Drehmaschine bedienen, alles konventionelle, also alles, wo man auf Handräder noch drehen muss und rumdrehen, fräsen dann weiter und dann geht es irgendwann komplexere Sachen ein bisschen, dass man dann auch lernt, die CNC-Maschinen, also Computergesteuerte Maschinen lernt. Und im Zerspaner halt konzentriert man sich mehr auf das. Also der Zerspaner geht mehr in CNC quasi? In beide Richtungen, aber tiefer in den zerspannenden Teil hinein. Okay. Der Industriemechaner fängt irgendwann an, mit Druckluft und Pneumatik mehr zu machen, weil der dann in dem Bereich unterwegs ist, aber der Zerspaner konzentriert sich mehr auf das Zerspanen. Wenn du jetzt mal an deine Ausbildung so zurückdenkst, bist du von ganz klein, also von der Pfeile bis zu sehr großen Maschinen gegangen, habe ich das jetzt so, verstehe ich das richtig? Sagen wir mal, definieren wir sehr groß mal lieber auf, sie sind so Meter auf Meter mal Meter Bearbeitungsbereich, so müssen wir es beschränken, weil sehr groß ist offen definiert im Zerspanen-Bereich. Okay. Also wir reden hier von klein, du kannst sie dir auf den Tisch stellen, bis sehr groß reden wir dann von Maschinen, die eine ganze Halle füllen. Hast du denn schon mit Maschinen gearbeitet, die eine ganze Halle füllen? Nee, leider nicht und ich bin eigentlich auf Ruhm, weil das sind dann, da reden wir von mehreren Millionen Wert, wenn man da mal davon redet. Also da muss man schon speziell hingehen, spezielle Firmen, die solche Maschinen haben. Hast du denn im Laufe deiner Karriere, fertigst du immer, wie soll ich sagen, sehr besondere Stücke, also Einzelstücke an oder bist du da, gehst du ja auch so ein bisschen in die Massenfertigung? Ich habe beides gemacht, also in der Ausbildung macht man natürlich so Einzelzeug, ist ja klar und in der Firma, wo ich gelernt habe, die macht viel Produktion, die haben, das wollte ich eigentlich sagen, die haben Gelenkwellen hergestellt, also das, was du auch nochmal in deinem Auto hast, die Kartan-Gelenkwelle und das ist halt Massenware, da geht es halt um, da kommen halt mal in 500, 600 bis 2000 Stück und dann wird nur noch, da bist du eigentlich nur noch der Knöpflissdrücker, wie man so schön sagt, du legst den Teil ein und drückst den grünen Knopf und dann gehst du weg. So ist es am Ende auch und du lernst natürlich in der Ausbildung auch mit, du bist dann irgendwann draußen in der Produktion, im zweieinhalb, dritten Lehr, gehst du auch mal raus in die Produktion, in die einzelnen Bereiche und bist dann halt mal da eine Woche und schaffst du das quasi. Und ja, das hat man gemacht, ich habe dann auch so angefangen damals, was auch mein Problem war, ich bin damals rausgekommen mit der Ausbildung, am Ende der Ausbildung kann man sich übrigens entscheiden, ob man drehen, fräsen macht oder noch mit einem anderen Ende geht und ich habe damals gesagt, ich mache Frästechnik, das war das, was ich am besten konnte und als ich dann raus bin, bin ich in eine zerspanungslose Produktion gekommen, ich habe nur noch kalt umformt quasi, wo man das simpel sagt und es war richtig beschissen, habe mich dort ein halbes Jahr geschafft, habe mich ein bisschen beschwert, das war auch für mich gesundheitlich ein Problem damals und dann bin ich raus und bin in eine Einzelfertigung gekommen, in eine Sonderfertigung für Sondergelenkwellen, wenn ein Kunde unbedingt eine gewisse Länge braucht oder so und hast fertige Teile zerlegt, hast sie gekürzt und angepasst und hast sie dann wieder zusammengebaut. Und es war dann mal ein Stück wieder in eine Einzel-, mehr Einzelteile wirklich klein, Serienzeug eingekommen. Wenn du jetzt mal, weil du gerade gesagt hast, dass das ja dich auch ein bisschen, ja wie soll ich sagen, auch ausgebremst hat, also körperlich quasi, was ist denn für dich, wenn du jetzt mal so über deine Arbeit nachdenkst, was ist denn für dich dort am anstrengendsten? Also für Körper oder ist es mehr Geist oder? Es kommt drauf an, also wenn du in Produktion bist, ist dein Körper stärker, es sei denn natürlich, du hast ein Problem, dass du nicht denken musst, darf man auch nicht vergessen, wenn du die ganze Zeit nur einlegst, du denkst nicht viel, du kommst in so einen Trott rein von immer wieder das Gleiche. Es kann manchmal anstrengend sein, aber meistens ist es körperliche, weil ich hatte jetzt, als ich da das erste halbe Jahr in dieser Kaltumform war, hatte ich Teile, die waren 30 Kilo schwer, waren teilweise unmöglich mit dem Kran zu beladen, was im Übrigen auch nicht ganz so erlaubt ist für Firmen, dass man etliche Teile von Hand reinlupft in die Maschine und das geht dir irgendwann so auf den Arm und dann hast du hohe Temperaturen meistens auch noch und dann kommt noch dazu und das war in dem Fall, die Maschinen haben die Teile mit Öl gekühlt und wenn du kalt umformst, dann wird der sehr heiß und Öl und Hitze sorgt für Nebel und so ein Scheiß, das ist schön verdampft mit der Zeit und es war dann unangenehm zum Einatmen, also man sollte auch dran denken, man atmet auch Zeug ein, das ist vielleicht nicht ganz so gesund, was im Hinblick jetzt in meiner neuen Firma auch ein Problem sein könnte, aber das ist dann noch mal eine andere Sache, die Materialien anders. Wie lange bist du denn jetzt schon tätig in diesem Job? Ähm, jetzt muss ich überlegen, 10, 11 Jahre. Okay. Hat sich in den 10 bis 11 Jahren so ein bisschen was an der Arbeit geändert oder würdest du sagen, es ist immer noch so wie früher? Ne, es hat sich schon einiges getan. Als ich angefangen habe, war Automation noch, es war am Kommen, aber es war noch relativ klein, mittlerweile wächst es immer mehr. Also Automation ist gerade im Hinblick auf die Spannung großes Ding, was kommt. Das heißt also, dass eigentlich weniger Personal drin ist und mehr die Maschinen übernehmen? Genau. Okay. Mannlose Produktion. Es ist quasi ein Endziel derzeit in Deutschland zum Glück noch nicht so rentabel, nicht so ganz, weil die Automationherstellung selber, dass es funktioniert, sehr teuer sein kann. Und das sparen noch viele Firmen. Aber ich weiß persönlich, jetzt wo ich aus meinem Ausbildungsbetrieb raus bin, bin ich eben in einem Kleinbetrieb gewesen. Der hat hauptsächlich Lohnfertigung gemacht für einen Kunden. Ja. Und der hatte dann in der Zeit, in den 8 Jahren, wo ich dort gearbeitet habe, hat der seine Produktion umgestellt. Und der hat seine Mitarbeiter um 30 Leute gekürzt, weil er automatisiert hat. Also der hat etliche neue Maschinen für insgesamt, glaube ich, 5 Millionen Euro gekauft mit Automation. Und er hat halt wirklich von jeder Maschine, ein Mann je Schicht, ist er runter auf ein Mann für 5 Maschinen pro Schicht. Also der hat richtig runter geholfen. Also es ist schon, also der Trend ist da, dass mir das geht. Derzeit hauptsächlich Stückzahl will man runter, weil ist klar, alles was Roboter einlegt, auch wenn er ein bisschen langsamer ist als Mensch, ist konstant. Kann man rechnen mit. Muss nicht aufs Klo, braucht keine Pause, der läuft einfach durch. Und das ist das, wohin man geht heutzutage. Und das ist auch eine große Sache, dass man sieht, wenn man sich mal den Maschinenmarkt anguckt, Maschinenhersteller, und die legen immer mehr und mehr Fokus auf, dass man wirklich sagt, hier zeigt ihr, die Maschine kann automatisiert laufen, hat Möglichkeiten, was dran zu stellen, Roboter, alles mögliche, alles schon dabei. Also das sieht man immer mehr und mehr. Hast du denn für dich selber in den Jahren auch schon noch mehr wieder dazugelernt? Oder ist so seit der Ausbildung, dass du sagst, du stehst da so ein bisschen still? Nee, man muss dranbleiben. Also ich für meinen Teil muss auch sagen, das ist mein Metier. Ich beschäftige mich damit auch jetzt hier zu Hause. Ich gucke immer wieder, was wir haben, neue Maschinenhersteller gerade, was geht da. Ich habe auf YouTube etliche abonniert von Maschinenherstellern, deren YouTube-Kanäle, um zu sehen, wann die mal wieder was Neues zeigen. Weil da kommt immer was Neues. Jetzt Kombination von Fräsmaschine mit einem Laser-Auftragsschweißsystem, also dass man 3D drucken kann in der Maschine und gleichzeitig es wieder runterfräsen kann. Was ein Ding ist, was jetzt vielleicht ein bisschen größer werden könnte, das sieht man mal noch. Noch ist es nicht so groß, aber auch der 3D-Druck kommt langsam rein. Also es ist immer ein stetiger Wandel, plus halt Materialien. Jetzt guckt meine neue Firma, ich habe mit Materialien zu tun, mit denen hatte ich vorher noch nie zu tun gehabt. Ja gut, die haben ja auch einen anderen Einsatzbereich quasi, oder? Ja, also wenn man das normale Stahl und Alu so kennt und dann mal in so eine Firma kommt, dann sieht man mal eben, was es für Materialien gibt und wie da so Preise sind und was da so Spezielles gibt. Also es ist schon, man lernt nie aus, wie man so schön sagt. Ist es denn, also hast du in deiner Ausbildung viel Theorie gemacht? Ja, man macht Theorie in Praxis immer. Also es ist Theorie, klar, Theorie in Praxis muss zusammenhängen, nicht immer, aber man braucht schon beides, um einigermaßen zu verstehen, was da eigentlich stattfindet und man Lösungen machen kann für Probleme. Wie hat denn, Entschuldigung, bist du fertig? Ja. Wie war denn so bei dir die theoretische Ausbildung? Also was wird dir denn dort erklärt? Die Maschinen oder die Materialien oder Wege, wie man formen kann? Also was kann man sich denn darunter vorstellen, wie Theorie abläuft? Es geht in die Richtung erstmal, dass man lernt, was gibt es so mehr alles? Also Messmittel geht man halt theoretisch, was gibt es alles vor Nachteilen ein bisschen? Warum man das eine und das andere nimmt, was man beachten muss vielleicht ein bisschen. Also die unterstützen quasi ein bisschen, das was du in Praxis lernst, unterstützen die nochmal ein bisschen oben drüber in der Schule, was in der Praxis einfach viel zu viel Zeit rauben würde, du musst jemandem einen Mesh überklären oder warum man einen Gliedermaßstab nicht so nimmt oder zum Beispiel die richtige Benennung von Sachen, dass man zum Beispiel nicht einen Spiralbohrer, nicht Spiralbohrer nennt, sondern Wendelbohrer, die offizielle Bezeichnung. So was lernt man zum Beispiel. Okay. Auch wenn du es am Ende nicht mehr benutzt, weil es sich nur Spiralbohrer durchgesetzt hat in der deutschen Sprache. Ja, okay. Was ist jetzt ein Spiralbohrer? Das, was man sich unter einem ganz normalen Bohrer vorstellen kann. So einen, wie du auch zu Hause hast zum Bohren. Ach so. Ich dachte schon, das ist jetzt so ein super fancy Ding. Ne, ich denke mal Spiralbohrer. Also man nennt ihn halt nicht Spirale, weil eine Spirale an einer flachen Ebene von innen nach außen geht. Eine Wendel ist das, wie man auch eine Wendeltreppe nennt. Die geht in der Achse hoch. Deswegen heißt der Offizie eigentlich Wendelbohrer. Oh. Nur Deutsche haben, hat ja immer gesagt, haben das halt Spiralbohrer genannt und seitdem hat sich das festgefressen. Ich nenne den halt einfach Bohrer. Ja. Also ich glaube, das machen einige so, oder? In der Spannung muss man ein bisschen definieren, weil es da unterschiedliche Arten von Bohrern gibt. Okay. Wenn du jetzt... Genau, das wollte ich gerade sagen. Wie viel, was schätzt du, wie viele Bohrer gibt es? Ah, also es gibt den typischen Spiralbohrer aus verschiedenen Materialien gefertigt, mit verschiedenen Eigenschaften. Die sehen in der Regel immer gleich aus mit dieser schönen Spirale drin. Dann gibt es noch den, nennt sich nen, ähm, im Englischen nennt man sie den U-Bohrer oder einen, ähm, Wendeplattenbohrer, nennen die sich. Die haben dann, sind vorne flach, also nicht mit der Spitze flach und haben wechselbare Platten drin, die dann die Schneide definieren. Da ist der Körper einfach aus stinknormalen Stahl und die Schneide vorne, die man auswechseln kann, ist dann aus dem entsprechenden Material das dann zersparen. Ist dann halt, die sind teurer meistens, die Bohrer, aber das sind welche, die willst du für die Produktion, weil du wechselst einfach vorne die Spitze aus quasi und hast immer das selbe, einen normalen Spiralbohrer musst du nachschleifen, dann wird irgendwann kürzer und irgendwann schmeißt du den halt weg. Gibt dann, ja, Hohlbohrer, Wendeplattenbohrer, dann gibt es Kanonenbohrer, die dann einlippen, mehr lippen, allen möglichen, aber da gehe ich dann aus meinem Bereich raus, also Kanonenbohrer ist nicht mehr meine Welt. Es ist so witzig, das gerade zu hören, weil als Laie kennst du ja quasi den Wendelbohrer und dann vielleicht noch Gewindebohrer. Aber es gibt ja so unzählig viele Arten dieser Gerätschaften und wenn du schon sagst, dass das deinen Kompetenzbereich überschreitet, ja dann Prost Mahlzeit. Das Problem ist, gut, Kanonenbohrer, das sind meist überlange Bohrer, also sowas, mit denen man früher Kanonen gebohrt hat, damit kommt nichts von ungefähr, die sind halt recht lang und du brauchst spezielle Maschinen dafür. Man habe mich nie mit befasst, weil es ist auch meistens echt teuer, so Kanonenbohrer sind teilweise auch echt teuer unterwegs, das sind teure Spielzeuge. Ich muss nochmal ganz kurz in unserem Gespräch zurückspulen, wir sind ja ein bisschen abgewichen durch die Bohrer-Geschichte. Ist es möglich, deinen Beruf rein theoretisch auszuüben? Ohne Praxis, also ohne, dass du quasi groß körperlich Einsatz hast? Ja, wenn du als Programmierer unterwegs bist. Okay. Das heißt, du hast, heutzutage wird ja viel designt im Computer, du machst ein 3D-Modell von dem, was du haben willst, das ist dann im CAD, nennt sich das, und danach kannst du dort auch gleichzeitig in ein CRM-Programm gehen, also CRM steht für Computer-Aided Drawing, also Computer-Unterstützer-Zeichnen. Und dann hast du CRM, das steht für Computer-Aided Machining, also Computer-Unterstützer-Bearbeiten. Und dann hast du ein 3D-Modell, du definierst ein Rohmaterial, wie das Rohteil aussieht, was irgendwo aus dem, rausgezogen hast, und dann fängst du an, halt deine Bearbeitungswege zu definieren, Werkzeuge definieren, alles mögliche, was du brauchst, eventuell, wenn du richtig fancy und wix bist, hast du die richtig tollen Programme mit, wo deine Maschine auch als 3D-Modell drin ist, mit Spannmittel, alles mögliche, und fängst dann an, das aufzubauen, wie du das zerspansch und machst, und gleichzeitig simulierst du das, ob irgendwo Kollisionen hast, dass dir deine Maschine nicht crasht, weil das wird sonst teuer. Und dann schickst du das eigentlich nur noch raus an deinen Mitarbeiter, der draußen an der Maschine steht, und sagst hier, da ist deine Liste, die Werkzeuge brauchst du, das musst du rüsten, das musst du einstellen, da ist dein Rohmaterial, hier ist dein Programm, viel Spaß. Okay, also, hängt da aber trotzdem immer noch ein Mensch hinten dran, der das ausführt? Heute noch, noch ja, also in dem Bereich, wo ich jetzt unterwegs bin, weil das ist, was ich mache, ist extremste Einzelteilfertigung, da ist kein Teil ähnlich wie das andere, aber es gibt durchaus schon Firmen, die machen das so weit, dass das ein Roboter fast selber kann. Also, ich weiß jetzt, eine Firma, die hat in der Produktion keinen Menschen mehr drin. Oh. Und wenn, dann ist Wartungsmaterial, Personal. Wenn irgendwas ist, dann gehen die da rein, ansonsten ist dort so lange kein Schwein da drin. Das ist halt super fancy, weil wenn, wenn du das so ansprichst, du wirst wahrscheinlich jetzt schmunzeln, aber es hört sich so ein bisschen nach Satisfaktorio an. Könnte man, könnte man fast so denken, also die Firma, wo ich jetzt anspreche, die kann ich eigentlich, mein Name ist Sandvik, die ist ein Werkzeughersteller für die Zerspannung, witzigerweise. Ja. Die machen die ganzen Zerspannungswerkzeuge und die haben in ihren Hauptsitz in, ich glaube es Schweden, Sandviken, die haben in ihrer Produktion komplett, da fahren kleine Robby durch die Gegend in der Halle, mit dem ganzen Rohmaterial drauf und fertig teilen, die fahren das vom Lager hin und her, fahren das an einzelne Maschineninseln, also das sind drei, vier Maschinen als Insel kombiniert mit einem Roboter in der Mitte. Und die haben dann oben ganze Spannmittel drin, standardisierte und Greife und Werkzeuge schon mal vordefiniert. Und dann muss der Programmierer eigentlich nur wissen, was er alles braucht, was alles vorhanden ist, in der Maschine schon vorbegerüstet. Und dann nimmt er das Werkzeug, macht sein neues Teil, sein neues Werkzeug, was er herstellen muss, für einen Kunden, den er braucht und schickt es dann nur noch raus und der Roboter macht alles selber. Der legt dann die Spannmittel ein, der setzt es auf und los geht's. Das ist super fancy. Hast du da eigentlich Angst vor? Weil du bist ja jetzt quasi schon so weit in der Materie drin, dass du ja quasi, du kennst ja schon die Zukunft. Sagen wir es so direkt noch nicht, also bis das mal in mein Bereich kommt, geh nochmal 20, 30 Jahre mindestens auf. Also da kommt vorher die 3D-Drucktechnik höher raus als jetzt das. Dafür ist das, was ich mache, viel zu speziell. Aber in so generellem Produktionszeug, wenn du jetzt so Automobilzulieferer bist, kannst du dich mehr einstellen, dass das in den nächsten 5-10 Jahren mehr kommen wird auf jeden Fall. Was macht denn dein Job, also oder sagen wir mal, dein Aufgabenbereich so speziell, dass das keine Maschine automatisiert herstellen kann? Also warum bist du so wichtig? Das Problem ist, dass die Teile, die ich mache, sind so speziell und die Materialien sind so speziell, dass du ständig anders überlegen musst. Du hast einen Teil, du guckst dir die Zeichnung an und du weißt jetzt schon, okay, du kannst es mit herkömmlichen standardisierten Spannmitteln schon gar nicht mehr halten. Du musst was Eigenes konstruieren, einen eigenen Aluklotz, wo du die Teile drauf schraubst und alles mögliche. Damit fängt es schon an. Dann musst du beachten, okay, du hast extremst enge Toleranzen. Also alles muss perfekt auf Maß sein. Da wird es schon kritisch. Das heißt, Maschinen sind sehr genau heutzutage, aber der Einfluss, was deine Genauigkeit am Ende, wie dein Maß wird beeinflusst, ist so enorm viel. Da bist du irgendwann limitiert mit Automatisierung. Das heißt, du kommst da gar nicht hin und dann ist das teilweise so verformt, da musst du aufpassen, okay, du hast jetzt ein Teil, das hast du vielleicht schon mal gemacht, aber jetzt frischst du lang, auf einmal stellst du fest, okay, du kannst es so gar nicht bearbeiten, weil dein Material anfängt sich zu verformen unter den Belastungen der Zersparnung, dass du dein Teil schrotten würdest, wenn du jetzt weitermachst. Das heißt, du musst stoppen. Und all das kann eine Maschine derzeit nicht erkennen. Die würde weitermachen. Und am Ende hast du ein Teil draußen, und ich kann jetzt sagen, dass eine Teil, von dem ich am Anfang gesprochen habe, was irgendwann Erde verlassen wird, das Rohmaterial alleine sind 60.000 Euro. Nur das Rohmaterial. Und es ist nicht gerade groß. Also wir reden hier, du kannst es locker in der Hand halten. Mit zwei Händen hochheben. Okay. Also wir reden hier schon, sehr teures Material und der willst du kein einziges hier machen. Okay. Also das ist schon, da bist du zu speziell, als dass du da einfach weggehen könntest ohne Risiko. Wenn du jetzt von solchen, sag ich mal, Rohstoffen oder von solchen Teilen sprichst, wie genau musst du denn dort arbeiten? Wenn du es sagen darfst, ne? Wenn du es natürlich, musst du immer sagen, wenn du nicht darfst. Ich kann durchaus sagen, was genau ich kann. Wir reden bei den ganzen Raumfahrtgeschichten. Sagt dir ein µ was? Oder ein Mikrometer? Ja. Okay. Wir reden hier im Bereich, das engste, was wir bisher gemacht haben, plus minus fünf Mikrometer Toleranz. Du hast ein Nennmaß, das du haben sollst. Und du darfst von dem nur plus minus fünf Mikrometer abweichen. Okay. Das heißt, du hast jetzt eine Bogen 5 Millimeter, die darf maximal 5,005 haben oder mindestens 4,995. Alles dazwischen ist erlaubt. Alles darüber hinaus ist vorbei. Wie viel schwitzt du, während du das machst? Gar nicht mehr? Hast du so viel Vertrauen nach elf Jahren in die dritte, dass dich das nicht mehr juckt? Ne, du bist immer nervös. Also es kommt jetzt zu fahren, also bei den teuren Teilen, ich bin froh, ich musste die Maschine nicht einfahren. Die lief schon zu weit. Ich habe die nur weiter produziert. War das gut? Ich konnte also vertrauen, okay, ich muss nur kontrollieren, ob das Maß noch stimmt. Der Rest lief so weit. Das war zum Glück mein Glück. Ich bin zum Glück reingekommen, wo die schon so weit liefen. Ich musste nur lernen, manche Sachen, die dazu vorkamen, noch vorzubereiten an den Teilen. Das war das Einzige. Da schwitzt man natürlich übrigens auch, weil man es im Auge hat. Okay, ich habe hier einen Teil. Der Rohklotz kostet 60.000 Euro. Braucht ein halbes Jahr, bis der wieder da ist, weil das Material gibt es nur in den USA von einem einzigen Hersteller. Das heißt, dauert eine Weile, bis es da ist. Du hast nur so und so viele Teile, wie der Kunde auch braucht. Kunde ist natürlich auch nicht gerade ein kleiner Name, was in dem Fall anbetrifft. Dann stehst du da, okay, die ersten Bearbeitungen sind schon durch. Das heißt, der Klotz war schon zwei Wochen in der Produktion unterwegs. Jetzt fängst du da an, was drum herum zu machen. Zum Glück ein bisschen für mich war es nur, dass es nicht allzu kritisch war, was ich da gemacht habe. Und am Ende, wo ich die letzten Teile in der Hand hatte, wo ich sie komplett fertig gemacht habe, waren die zwei Monate schon unterwegs, die Teile. Die haben einen Wert von einem Viertelmillion gehabt am Ende. Und die hast du dann irgendwann in der Hand und denkst dir, okay, wenn du das Ding jetzt fallen lässt, dann ist es hey. Dann hast du eine Viertelmillion Euro und zwei Monate Arbeit geschrottet. Inwiefern ist es dir denn möglich, Mikrometer zu messen? Also wie misst du das denn? Also hilft dir eine Maschine dabei oder können wir uns vorstellen, du hast ein Lineal? Ist jetzt natürlich sehr dumm dargestellt. Nee, ist nicht ganz. Also die Messmittel, die diese Maschinen benutzen, also es wird gemessen auf einer sogenannten Koordinaten-Messmaschine. Das ist ähnlich wie eine Fräsmaschine aufgebaut. Du hast deine drei Achsen XYZ, nur am Kopf, die ist ein bisschen leichter aufgebaut, ein bisschen dünner. Und zwar, die hat ja keine Kräfte. Und am Ende ist einfach eine Rubin-Spitze, eine Rubin-Kugel an einem Taster, der sich wegbiegen kann. Und den überwacht die Maschine. Also sobald du ein Teil berührst, weißt du, okay, der Taster bewegt sich. Diesen Taster kannst du messen, wie weit er sich wegbewegt. Und dann weißt du, okay, ich stehe an der Position, der Taster hat sich so weit bewegt, man kann damit Differenzial messen. Und das Messsystem dahinter ist in Wirklichkeit ein Lineal. Das ist ein sogenannter Glasmaßstab, nennt sich das. Das ist nichts anderes wie das simple, du hast einen Strichcode, ganz kleinen Strichcode mit einer ganz engen Teilung aufgeätzt auf einer wirklichen Glasmaßstab. Und dann hast du einen Lesekopf, der einfach Licht durchleuchtet und liest dann quasi noch ein bisschen optischer Trickerei, wie viel sich die Striche bewegt haben. Und jetzt liest du dann aus und ich weiß, wie weit er bewegt ist. Und die gehen wirklich mittlerweile, ich glaube, wir gehen mittlerweile auf ein paar Picometer, also unter Nanometer schon runter an Messgenauigkeit. Oder Auslesemöglichkeit. Genauigkeit ist schon mal ein bisschen was anderes. Das ist halt super fancy, weil, habe ich meinen, nee, ich habe meinen Zollstock nicht hier. Ich versuche gerade die ganze Zeit in meinem Kopf so einen Millimeter mir vorzustellen, wie 0,01 Millimeter aussehen. Auf dem Zollstock. Also das kannst du doch menschlich gar nicht sehen, oder? Nee, also das eine, was du siehst, du kannst natürlich gar nicht sehen, stell dir vor, du hast ein gestreiftes Hemd an. Und du hast deine Kamera auf dich richten. Ja. Und du siehst ja diese Striche, die sind jetzt halt nur ganz enger zusammen und die Technik, was sie da benutzen, ist es dieser Effekt, den du in deiner Kamera siehst, dass diese Streifen anfangen irgendwie sich zu verschwimmen. Ja. Diese Technik benutzen die, um aus einer Teilung von 0,1 Millimeter auf 1.000 Millimeter runterzukommen. Diesen optischen Trick missbrauchen die. Okay. Und dadurch können die runtergehen. Und es gibt eine Internetseite, also es gibt den Hersteller Heidenhain, der ist hier in Deutschland der Führende, was Präzision angeht und diese Messtechnik macht. Und die haben einen Classmaßstab, die können die runtergehen, dass du in der Lage bist, fünf Silikonatome zu messen. Also auf diesen kleinen Bereich kommen die runter an Genauigkeit. Noch nie. Oder an Messfähigkeit. Das ist, was sagen die, ja ein Nanometer gehen die runter. Mit so einem normalen Gerät. Und ich glaube, das Kleinste, was die sagen, die können, die haben einen Classmaßstab, der hat eine Signalperiode von 512 Nanometer. Grund. Und die können sie dann runterrechnen mit Tricks um den 16.384-fachen Teil runterdrücken. Und dann können die auf 31 Picometer auflösen. Bauen? Also werden denn so Teile gebaut in diesem Maßstab? In dieser Kleinigkeit nicht, aber man benutzt es für Messtechnik. Ja. Das ist das Beispiel Elektronenmikroskop. Musst du denn, also brauchst du denn bei dir beispielsweise, um gewisse Sachen herzustellen, brauchst du denn so wirklich solche haargenaue Messtechnik? Also Grund, also man geht jetzt von einer einfachen Faustformel aus, deine Messtechnik, also was benutzt du zum Messen, hat ja eine gewisse Auflösung, die du auslesen kannst. Ein normaler Messschieber hat, wenn du jetzt so einen digitalen Messschieber hast, der geht auf 0,01 Millimeter, zeigt er dir an. Aber man sagt immer, du vertraust nicht. Man geht auf die, man sagt immer, mal 10-fache. Also das, was die Auflösung anzeigt, geh sicher davon aus, dass das Ding sicher messen kann auf den 10-fachen Wert. Also 0,1 Millimeter. Das ist genau. Alles darunter ist so, ah, ah, kommt drauf an, wie gut du Gefühl hast in den Fingern, wie hier Temperatur spielt noch eine Rolle und ist dein Bauteil Flüssigkeit dazwischen oder nicht, kann das direkt dazwischen oder nicht. Also deswegen, man macht in der Regel Messtechnik um ein Zehntel genauer. Also, im Faktor 10 genauer. Damit du sagen kannst, du bist da, Georg. Bist du... Mehr präzise. Entschuldigung. Ja? Bist du in deinem Privatleben auch so ein sehr genauer? Na, nicht so genau. Oder klopfst du auch einfach mal einen Nagel in der Wand und hängst das Bild einfach dran. Sagen wir es so, meine Displays haben Nägel in den Magneten drin, ja. Ja, gut, okay. Gut. So genau ist es nicht. Also man fängt schon manchmal an, schon hinzugucken, aber man nimmt es jetzt nicht so genau, weil man macht sich damit nur verrückt. Ja, okay. Aber ich kann dir sagen, das Auge sieht verdammt genau Unterschiede. Es kann es verdammt genau sehen. Ja, ich weiß. Also ich hänge auch viel ohne Wasserwaage auf. Ja. Das kann man ja auch erkennen. Also ich denke mal, bei dir ist das ja noch krasser, weil du musst ja noch mehr darauf achten. Ja, bestes Beispiel. Maschinen, wenn die aufgestellt werden, die werden auch ins Wasser gestellt. Also dein Tisch, auf dem du alles aufbaust, ist im Wasser gestellt. Und da benutzt du auch keine normale Wasserwaage, weil das ist Müll. Die schmeißt du weg und kaufst dir eine Maschinenwasserwaage. Die löst dann auf auf 0,01 Millimeter Schräge auf einen Meter. Da wird dann nicht mehr mit Winkel gesackt, sondern du hast eine Messlänge von einem Meter und dann fällt dieser eine Meter um 0,01 Millimeter ab über diese Länge in Schräge. Wenn du dir das mal so wirklich jetzt gerade vorstellst als Laie, der damit ja nichts zu tun hat, ne? Man denkt sich so, ja geil, da stellst du einen Tisch hin, machst da mal ein bisschen Wasserwaage drauf und dann stellst du die Maschine da drauf. Aber so läuft der Hase ja gar nicht. Kannst du ja, glaube ich, gar nicht machen wegen der Genauigkeit des Bauens, oder? Es ist noch viel mehr. Also der Tisch ist der Anfang und dann geht's los, du hast spezielle Messwinkel und dann fängst du an, die Maschine in Winkel zu drücken mit deinen Stellfüßen zum Teil. Kannst du die Maschine, die komplette Maschine ein bisschen biegen quasi. Also manche Maschinen lassen das zu, nicht alle, wohlgemerkt. Sollte man nicht immer machen. Aber ja, man muss darauf achten, dass die sehr genau steht, weil ansonsten kannst du die Genauigkeit, die der Hersteller sagt, nicht einhalten. Plus noch mehr. Dann kommen noch mehr Messmittel dazu, wenn du wirklich Genauigkeit willst. Der Aufwand ist sehr, sehr hoch. Hast du schon mal jobtechnisch irgendwo gearbeitet, wo man nicht so genau arbeiten musste? Also wo wir da irgendwie von 5 cm Toleranz sprechen? Ne. Gibt's das überhaupt? Sag mal so, Toleranzen sind genormt und Toleranzen werden größer, je größer der Abstand wird, ja. Aber dann reden wir so im Normalen, man sagt, die Allgemeintoleranz ist so der Standard. Alles, was nicht in der Zeichnung toleriert wird, läuft über Allgemeintoleranz, die dann genormt ist. Okay. Dann hast du zum Beispiel, ich glaub, 1 Meter bis 5 Meter ist irgendwo so bei plus minus 4 Millimeter. Je nachdem, wenn du nach Standardmittel gehst, es gibt noch Fein, wo es noch enger ist oder grob, wo es noch weiter ist. Okay. Die 5 cm waren genau wegen dem Bau-Chat, deswegen sag ich das. Also ich mein, dass Teile nicht gefährlich werden können mit 5 cm, ist mir schon klar. Ja. Wie viele Stunden machst du in der Woche? 40 Stunden Woche hab ich. 40 Stunden Woche hast du. Wirklich, Strich oder, also wirklich Strich, Strich, 40 oder mehr noch? Ne, du hast Gleitzeit, also du hast ein Gleitzeitkonto, wo du Stunden aufbaust, die du dann halt später nehmen kannst, wenn du mehr arbeitest. Oder wenn du weniger nimmst, gehen halt die Stunden runter. Ja. Also du bist flexibel. Okay. Kommt aber auf die Firma wieder drauf an. Manche so und so, wenn du jetzt hier, Firma bist, die 3-Schicht-System hat, dann bist du eher auf fixe Zeiten limitiert. Habt ihr 3-Schicht-System? Nein. Okay. War mein Ausbildungsprinzip da, der 3-Schicht-System. Aber 3-Schicht-System ist mehrmaßen Fertigung, oder? Ja. Okay. Also das ist wirklich, die Maschinen laufen fast 24-7. Und bei dir ist es jetzt quasi so, dass du, du bist verheiratet mit einem Teil, was du baust. Oder hast du über die Woche mehrere unterschiedliche Projekte? Kommt drauf an. Also meistens machst du genau, du kriegst eine Sache, einen Auftrag mit den Teilen, die machst du, bis du fertig bist und dann kommt das Nächste. Weil sobald du in gewisse Genauigkeitsbereiche reinkommst, dann musst du dabei bleiben. Du musst mit einer Konzentration bei dem bleiben, weil wenn du anfängst, auf, wie man so schön sagt, auf mehr Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, machst du Fehler. Und Fehler sind schlecht. Okay. Siehst du das denn für dich als, also wenn du jetzt mal so eine Woche rekapitulierst oder sagen wir mal ein halbes Jahr, ist das für dich wirklich sehr, sehr anstrengend, der Job? Oder sagst du, hey, ich habe genug Ausgleich? Anstrengend kommt es immer darauf an. Also in meiner vorherigen Firma war es mehr anstrengend, weil dadurch auch ein bisschen andere und dadurch mehr Verantwortung. Da bist du wesentlich mehr am durchdrehen quasi, weil du die ganze Zeit immer irgendwie gucken musst, dass was läuft. Bei dem ist es so, wo ich dort angefangen habe und diese sehr teuren Teile gemacht habe, dann stehst du halt meistens halt sechs bis acht Stunden vor der Maschine und langweilst dich. Weil die einfach läuft. Du weißt, du brauchst da nicht darauf achten, die läuft, aber du kannst nichts anderes anfangen. Weil das andere, was du anfängst, dauert viel zu viel Zeit und du musst dich auf die Teile dann immer wieder konzentrieren. Und dann stehst du halt da acht Stunden am Tag und denkst dir, boah, kann der Tag mal bitte fertig werden? Also dein Job besteht aktuell aus rumstehen? Nicht immer. Kann ab und zu vorkommen, aber nicht immer. Du solltest auf jeden Fall nicht sagen, wie dein Arbeitgeber heißt. Sag mal so, es kann angenehm sein, aber glaub mir, nach zwei Monaten diese Scheißteile zu machen, bin ich froh, dass ich derzeit mehr zu tun habe, wo ich nicht immer nur dastehe. Okay. Ja, das war auch mehr ein ironischer Ausflug. Ja, das ist, manchmal kann das echt, dieser Teil nervig sein. Ähm, ich stelle dir eine Frage, du weißt bestimmt, welche Frage. Du musst sie nicht beantworten, aber was bringt man denn so nach Hause im Schnitt? Du musst nicht darauf antworten, wenn du nicht möchtest, weil... Ich kann mal mehrere Zahlen nennen. Also, wo ich groß gelernt habe, habe ich nach IG Metall bezahlt bekommen. Das war damals 22 Euro die Stunde. In meinem alten Betrieb, wo ich dann raus, da raus bin und dann in den jetzt vorherigen reingegangen bin, in den kleinen Betrieb, habe ich mit 15 Euro die Stunde angefangen. Habe allerdings mehr Stunden gearbeitet die Woche. Dadurch kam ich auf das selbe Geld dann fast hinaus. Waren 2,2 Ende vom Monat, unterm Strich. Habe dann, bin dann raus mit 20,5 Euro die Stunde. Und jetzt bin ich bei, warte mal, 23 Euro. Wieder. Ja. Also 23 Euro die Stunde. Plus mehr, als es kommt. Klar würde ich jetzt mehr IG Metall bleiben, würde ich mehr Geld verdienen. Und theoretisch, wenn ich jetzt ein bisschen weitergehe, kriege, kriege ich halt noch mehr Geld. Und es ist kein Meistergehalt. Ich habe keine Meisterstelle. Muss man dazu sagen. Okay. Ich habe den Meister, ja, aber ich habe keine Meisterstelle. Eine Meisterstelle für 23 Euro? Hier. Würde ich niemals machen. Da willst du 30 Euro mindestens. Darunter fängst du nicht an. Was würde denn jetzt beispielsweise, was wäre denn anders oder was ist dadurch anders geworden, dass du Meister geworden bist? Was gibt dir dieses Prädikat? Ich darf den Meistertitel tragen. Ansonsten mit dem Meistertitel machst du eine Ausbildungseignung Prüfung. Das heißt, ich bin berechtigt, auszubilden. Okay. Und ich bin, mit meinem Meister habe ich halt auch die quasi ein bisschen Recht mitgemacht, weil du musst ein bisschen was über das Arbeitgeber- und Arbeitnehmerrecht wissen, wenn du halt auch Leute führen möchtest. Weil man kann sich sehr, sehr schnell in den Knast versetzen, wenn man das nicht macht. Dementsprechend wäre ich jetzt bereit, dass ich quasi auch jetzt in eine führende Position gehe und Leute unter mir habe, die für mich arbeiten. Okay. Ich wollte nämlich sagen, Meister bedeutet doch bitte nicht nur, dass man ausbilden darf. Ne, es gehört aber dazu, man kann keinen Meister machen ohne die Ausbildungseignungsprüfung. Okay. Das ist das Erste, was man macht bei der Meister, beim Meister. Würdest du denn noch eine Stufe darüber geben, über Meister, die man theoretisch noch machen könnte? Oder ist man da, ich sag mal, in Anführungsstrichen an der Karriere leider am Ende angekommen? Das Einzige, was ich jetzt noch weiß, ist studieren. Also ich kann weiter in die Theorie reingehen. Ja. Praxismäßig kannst du mit dem Meister genauso gut Firma gründen. Okay. Das heißt, du kannst Firma gründen oder bei mir war das früher gedacht, muss man wissen, den Kleinbetrieb, ich habe den Meister meistens eigentlich nur gemacht, weil es mir angedacht war, dass ich die Firma übernehme. Das war mal der Plan früher. Hat sie allerdings wegen privaten Gründen, Familie, ist das jetzt raus bei mir. Ja. Aber theoretisch hätte ich die übernehmen können und es wäre dann die höchste Stelle, die du in der Firma haben kannst, Chef. Okay. Geht nicht mehr. Geht nur noch studieren, was aber schultechnisch dich höher bringt. Okay. Wenn jetzt jemand Interesse an deinem Job hätte, was würdest du dem jetzt einfach mal so richtig schön gediegen mitgeben aus elf Jahren Berufserfahrung, Meisterausbildung und Ausbildung? Schulisch sollte man lernen können. Also man sollte sich mit befassen, dass speziell wenn ihr den Meister machen wollt, ihr solltet in der Lage sein zu lernen. Glaubt mir, verdammt viel Stoff. Und ich bin froh, dass ich ihn geschafft habe. Also ich war dran, dass ich ihn vielleicht nicht kriege. Also das ist echt hart. Meisterisch, hart schulisch. Genau so Ausbildung. Es geht. Man sollte vielleicht Mathe, Physik ein bisschen auf den Sack sein, weil auch Zersparung viel mit Physik zu tun hat. Auch. Und halt eben entsprechend mathematische Sachen, wo man damit macht. Später im Beruf. Ein bisschen Mathe ist schon durchaus von Vorteil. Viel machen tut man jetzt eigentlich nicht. Also am Ende tut man keine Kräfte berechnen. Nicht so direkt. Das macht man vielleicht in anderen Teilen, wo man dann ein Teil definiert, wie ein Teil es sein muss. Und da berechnen, ob das Teil stabil genug designt ist und so weiter. Aber das ist dann nicht mehr in meinem Bereich. So. Man macht ein bisschen was, aber man ist nicht mehr so viel Mathe. Also. Ja. Schules können. Man sollte Handwerk mögen. Also man macht schon ein bisschen Handwerk. Man macht sich die Hände dreckig. Soll man auch klar sein. Wird sehr, wenn man eine Maschine reparieren muss, weil sie kaputt ist. Dann wird es ja sehr, sehr dreckig. Man sollte mit Dämpfen teilweise klarkommen. Und man sollte ehrlich sein, wenn man Fehler macht. Und daraus lernen. Könnten teure Fehler werden. Je nachdem, ja. Es könnten Fehler sein, die nicht so viel kosten. Wenn man jetzt so Drehautomaten geht, so die einfachen Schraubenherstellungen und so, da wo dann jede Stunde zigtausende runterfallen aus der Maschine. Wenn da mal fünf kaputt sind, ist das so kein Schwein. Wenn man aber Teile macht, wo wirklich sauteuer sind, dann sollte man in der Lage sein, sich darauf zu konzentrieren. Man sollte in der Lage sein, vielleicht private Probleme, die man gerade hat, entweder abschalten oder sagen, ich kann das nicht. Ich komme im Gedanken nicht dazu. Man muss in der Lage sein, Sachen liegen zu lassen, wenn man teure Sachen macht, wo einmalig sind zum Teil. Das ist jetzt eine, da habe ich eine schöne Folgefrage. Hast du schon mal ein Teil weglegen müssen? Meinst du, weil es für mich zu viel war? Ja, weil du gerade, wie er gesagt hast, du kannst dich nicht darauf konzentrieren oder irgendwas ist passiert. Zum Glück direkt noch nicht. Man kommt schon mal in die Länge, wo man denkt, ey, ich will jetzt einfach nach Hause. Das ist bescheuert. Aber bisher konnte ich mich meistens fangen. Hat man einmal kurz gesagt, okay, fünf Minuten nochmal kurze Pause, einmal kurz weg, ruhig die Luft holen, einmal kurz abschalten und zurück. Dann meistens. Einmal kurz weg davon, einmal kurz vielleicht raus vor die Tür, einmal kurz tief einatmen und dann geht man zurück. Dann kriegt man meistens das wieder hin. Wie sind denn bei dir so die Arbeitsbedingungen? Also 50 Grad Arbeitsplatz, Dämpfe? Also hast du Atemschutz? Wie sieht denn das aus? Also wir haben jetzt im Sommer 35 Grad in der Halle gehabt. Also leider nicht klimatisiert. Das kommt aber bei uns demnächst. Zumindest ein Bereich, wo ich wahrscheinlich in Zukunft reinkommen werde. Puro Luxus dann. Und Dämpfe, ja, hat man mit zu tun. Das ist klar, Zerspannung erzeugt Wärme. Man kühlt mit Wasser und dem Öl, was da drin gelöst ist, vermischt würde. Das heißt, klar, das atmet dann irgendwann ein, weil leider auch nicht jede Maschine immer eine spezielle Absauganlage drin hat. Und ja, das das kann sein. Atemschutz hat man, es kommt drauf an, was du bearbeitest. Also ich brauche für manche Teile, wenn ich darum mache, muss ich Atemschutz anziehen, weil ich mit Materialien arbeite, die toxisch bis giftig hingehen, wenn sie Stoff für mich sind. Also muss man zum Teil aufpassen, ja. Okay. Was waren so, also na gut, du wirst wahrscheinlich nicht so das Material sein können, aber was waren so das Schlimmste, was du jemals bauen musstest? Sowohl Material als auch Teile? Material kann ich sagen, Teile so, ähm, ich glaube Teile waren das Schlimmste eigentlich nur, wenn sie viel zu lang sind, dass du gerade so in die Maschine dich reinkriegst und bearbeiten kannst. Das ist das Schlimmste. Ist nicht, wie kompliziert es ist. Meistens hast du das Problem, oh, du wolltest eigentlich jetzt eine Nummer größere Maschine. Aber irgendwie willst du das auch jetzt wegkriegen, weil man dem zugesagt hat. Und dann quälst du dich da ab und musst da rumfummeln, bis du das sauber hinkriegst, dass es auskommt. Und Material ist das Schlimmste. Ich glaube, so wirklich materialtechnisch in den Eigenschaften habe ich jetzt nicht so Schlimmes gehabt, aber in seinen Eigenschaften als, sie können dir gefährlich werden, ist Beryllium das Schlimmste. Weil die Stäube, die sind, die solltest du nicht einatmen. Das ist schwer krebserregend. Hast du damit schon gearbeitet? Ja. Okay. Wir zersparen Beryllium, weil das ist Raumfahrt. Beryllium ist Raumfahrtmaterial. Und ich arbeite viel mit Materialien, das nennt sich Albemed. Das ist Kurzform für Aluminium, Beryllium, Matrix. Das ist quasi 40% Aluminium und 60% Beryllium. Das ist ein Mix. Ja. Da wird nicht ohne Grund schön draufgeschrieben auf den Teilen. Manchmal bei manchen Kunden, wo drauf steht, Achtung, Material enthält Beryllium. Weil das Zeug ist ein bisschen, ja. Stoffe, von denen man jeden Tag hört. Ja, Albemed hört man sehr, sehr wenig, weil das gibt es nur aus den USA bei einem einzigen Hersteller. Ja, das sagtest du ja schon. Und ist Raumfahrt meistens ordentlich. Also das bedeutet halt wahrscheinlich hitzeresistent etc. pp. oder? Nee, also es ist leichter als Aluminium. Hat die Schwingungsdämpfende Eigenschaften von Beryllium, hat aber nochmal ein paar Eigenschaften vom Aluminium. Das müsst ihr aber nochmal nachgucken, weil ich da die aufbaue. Also es ist so zwischen rein Beryllium und Aluminium sitzt es da zwischen von den Eigenschaften. Und Beryllium ist halt super leicht. Das ist der Vorteil. Bist du, also könnte man sagen, so werkstofftechnisch bist du schon so richtiger Crack? Nee. Es gibt, also ich weiß, so 0815 Stahl, ich habe jetzt schon mit Titanium gearbeitet, wird es, je nach Titan wird es ein bisschen overrated, was man sagt, wie schlimm Titan ist. Manches ist einfach kaum ein Unterschied, wenn man es bearbeitet. Aber so wirklich, also es gibt schlimmere Materialien. Also GFK hatte ich noch nicht. CFK, das Ganze. Was ist das bitte? Kunststoffe, also Glasfaser für gestärkter Kunststoff und Kohlefaser für gestärkter Kunststoff, die übrigens auch ekelhaft sind. Zumindest was das Einatmen geht. Und was seine Werkzeuge angeht, ist CFK wohl richtig ekelhaft. Mit Grafit hatte ich noch nichts zu tun, was auch sehr ekelhaftes Zeug sein kann. Also indem ich der, also so wie du das beschreibst, gibt es noch ganz, ganz viele andere Menschen, die sich eher auf sowas dann spezialisieren. Ja. Also Grafit kennt man viel von, von einem Produktionszack, das nennt sich Erodieren. Das sind Elektroden meistens. Ja. Und wir haben zwar Erodiermaschinen, aber wir schaffen nicht mit Grafit. Wir schaffen stinken mal Kupfer, weil es lohnt sich nicht mit Grafit zu arbeiten. Brauchst auch nochmal ganz andere Maschinen dafür. Ja. Die für Grafit ausgelegt sind, weil Grafit ist, du fährst da rein, das wird Pulver. Grafit wird einfach Pulver. Und alles, was Pulver ist und mit irgendwelchen Sachen, die aufeinander sich bewegen müssen, Kontakt kommt, ist, sagen wir es so, du schleifst die deine ganzen Mechaniken auseinander mit dem Zeug. Also wenn du, also dadurch, dass sind die, sind dann alle Leute in derselben Ausbildung drin und wählen dann sozusagen ihre Spezialisierung anhand von den Werkstoffen? Oder wie? Nee, das kommt, das kommt durch die Firmen. Die Firmen spezialisieren sich auf was. Du lernst allgemein immer, mehr oder weniger. Du kannst, klar, wenn du weißt, was die Firma macht, kannst du ja schon in gewisse Firmen reingehen, die sich auf Sachen spezialisiert haben. Und entsprechend dahingehend wirst du auch mehr trainieren. Aber also wirklich, alles kann dir nicht beigebracht werden. Dafür ist die Welt materialtechnisch viel zu groß. Wir sind ja nicht mal in Kunststoffe drin, was es Kunststoffe gibt. Also da brauche ich gar nicht anfangen. Kunststoffe bin ich komplett raus. Also ich kenne meine 3D-Druckkunststoffe ein bisschen, aber zersparen, das ist nun mal eine ganz andere Geschichte. Wie gesagt, CFK und GFK sind auch Kunststoffe. Da gibt es, boah, was jeder jedes Mal erklärt hat und jedes Material wieder mit seinen eigenen Mischungsverhältnissen ist wieder speziell mit, wie du zersparen musst und für Werkzeuge. Allein dahin reinzukommen, was allein an Mengen Werkzeuge speziell für gewisse Materialien gibt, ist eine Riesenwelt. Also du kannst nicht alles wissen. Das ist unmöglich. Das heißt, du bist irgendwo in deinem Bereich, wo du sagst, okay, da bist du reingekommen. Die Materialien, da kennst du dich super aus und dann geht es halt weiter. Der andere kennt sich da wieder aus, da wieder aus. Also du, deswegen lernst du immer. Und wenn jetzt irgendwann ein neues Material reinkommt, mit dem du noch nicht gearbeitet hast und von mir aus, du hast immer Kunststoff bearbeitet, jetzt kommt zum ersten Mal Stahl, für dich eine neue Welt. Gehst komplett, schwingst immer mal hier und da, wo du lernen musst. Ich finde das gerade super aufschlussreich, weil uns im Chat sind scheinbar auch Menschen, die einen sehr ähnlichen Beruf haben wie du oder wenn nicht sogar denselben. Und man liest halt so diese Jobbezeichnung und dann kommt so ein Bollwerk an Informationen auf dich zugeflogen. Und man denkt sich so, ah ja, cool. Und ich dachte immer, es gibt Stahl und das war's. Ja, und wir haben erstmal, jetzt reden wir jetzt vom Material. Es geht ja noch weiter. Wie gesagt, da kommen dann noch Werkzeuge hinzu, wie die Materialien. Dann kommt Maschinensteuerung zu, wenn du im CNC-Bereich bist, die dann nochmal so viel Wissen erfordern, wenn du wirklich reinmischst, die steuern, wo ich jetzt benutze, im Geschäft ist eine Heideneinsteuerung. Und in die reinzutauchen, was die alles kann, du möchtest da nochmal fünf Jahre verlernen. Also da kommt so viel Scheiß, was du da programmieren und machen kannst. Oh, die Zeit hast du im Leben kaum. Hast du denn, wenn du in so eine Firma reinkommst, bekommst du dann Lehrgänge dafür oder sagen die so, ey, musst du alles in deiner Freizeit machen? Nein, okay, Lehrgänge. Bei mir steht jetzt zum Beispiel an, ich kriege jetzt noch eine Schulung für unser CAM-System, weil ich habe zwar schon mit CAM gearbeitet, mit dem Programmieren, aber es war ein komplett anderes System und die brauchen halt auch noch jemanden, der nebenher noch nicht nur zersparen kann, sondern auch programmieren kann. Und dementsprechend kriege ich jetzt im September noch eine Schulung für das CAM-System, das eine Woche geht. Da geht man dann zum Hersteller von dem und der macht einem eine komplette Schulung. Von Anfang bis, wie weit es geht. Also, als du jetzt zum Beispiel in die Firma gekommen bist, du hast ja jetzt wirklich mit sehr, sehr seltenen Materialien oder sehr teuren Materialien zu tun. Also, wie lange hat das für dich gebraucht, dass die Dichter an die Maschine geschickt haben? Ähm, ich bin direkt reingekommen. Also, als ich da rein bin, habe ich dort hauptsächlich das Drehen gemacht, weil das Drehen hat hauptsächlich der Junior-Chef von der Firma gemacht und der war gnadenlos, alles auf seiner Schulter, der wusste nicht wohin. Der konnte nicht. Und dementsprechend bin ich da rein, bei einer Maschine, ich musste bei beiden Maschinen ein bisschen die Steuerung leeren, weil es dann wieder eines Siemens, anderes Mitsubishi. Übrigens, Mitsubishi macht auch in dem Bereich ganz kräftig mit, nicht nur Autos. Die machen doch überall mit. Ja, gibt auch Samsung-Friesmaschinen und Drehmaschinen. Man glaubt gar nicht, wie tief man mal reingeht, was man für Maschinenhersteller sieht, was einem als Auto entgegenkommt, jeden Tag. Ja, ist ja beispielsweise auch mit Klimaanlagen. Mitsubishi macht ja auch Klimaanlagen. Ja, die sind immer irgendwo drin. Und dann musst du das halt lernen. Das Gute ist, und da kommen jetzt deine Erfahrungen rein. Die meisten Steuerungen sind ähnlich in ihrer Art und Weise, wie sie programmiert werden. Du musst nur das Spezielle lernen, wie das Bedienkonzept ist und so weiter. Das lernst du, und dann musst du halt da ein bisschen. Das ist das Einzige, was ich lernen musste. Und dann halt gucken, was die Maschine. Jede Maschine ist nochmal anders. Vom Aufbau her, von der Stabilität her, wie sie reagiert, wenn du gewisse Sachen machst. Das ist halt das, was du lernen musst. Aber da kommst du meistens mit gewissen Erfahrungen schon klar, dass du weißt, okay, jetzt musst du hier ein bisschen zurück und da was machen. Da hilft dann auch wieder die Theorie. Ich hab gerade, weißt du, so wenn ich mir jetzt anhöre und verstehe mich bitte nicht falsch, du hast jetzt deinen Hauptschulabstoß gemacht, ja? Und du hast jetzt deine Ausbildung gemacht und bist elf Jahre in den Job. Du hast unglaublich viel Wissen. Also, du bist ja, wie soll ich denn das beschreiben? Das klingt für mich, als wenn du halt Abitur machen solltest, theoretisch. Also, verstehst du, worauf ich hinaus möchte? Weil das ist ja schon, das ist ja richtig abgespaced. Also, es ist wirklich abgespaced für einen Line, das mal zu hören, wo ich mir halt gerade so denke, ich bin total impressed. Also, wirklich so, wow. Ja, aber ich muss sagen, dasselbe geht dann, wenn ich, ich hab, kenne Leute, die programmieren. Ja. Also, hier, Computerprogramm im Schreiben. Ich kann zwar Maschinen programmieren, mit deren Sprache, wie die reden, aber sobald es an dies ist, bin ich raus. Ich, ich komm mit C plus und so, komm ich nicht klar. Ja. Bin ich sofort raus. Und dann denke ich dasselbe, oh Gott, die müssen ja Ewigkeiten studieren, die komm ich nicht klar. Es halt, für mich ist diese Welt meine Welt. Ich komm damit klar. Ja. Aber alles daraus ist dann vorbei. Also, es kommt immer auf den Menschen an, je nachdem wir, in welche Richtung du am besten mit klarkochtst. Deswegen wollte ich übrigens auch dieses, dieses Format ins Leben rufen, weil, weil du gerade quasi, du nimmst uns mit in eine Welt, wo wir als Laien, glaube ich, einfach uns die Kinnlade runterfällt und wir so denken, äh, okay. Außer natürlich jetzt die Menschen, die schon damit ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, äh, das, das ist halt für mich, puh. Ja. Man muss aber auch sagen, das ist vielleicht, was man mitgeben kann, wenn jemand, jetzt ein Jüngerer noch da ist, der gerade noch schul ist, nutzt die Zeit, in der in eurer Schule Praktikas gemacht werden. Nehmt nicht jedes Mal dasselbe. Ich hab Praktikas gemacht, ich hab bei einem, bei jemandem, der hat bei Autos Leder neu gemacht, also Autositze, alles mögliche, was Leder im Auto war, hat er gemacht, war eine Lederei. Hab ich Praktika gemacht eine Woche, ich war in einem Zoo eine Woche, hab dort Praktika gemacht, ich war in der Firma, wo ich jetzt gelernt habe eine Woche in einem Praktika. Ich bin einmal querfelldurch und dann weißt du auch wirklich, in welche Richtung du mehr Lust hast als andere. Kann ich nur empfehlen. Hat sich denn jetzt bei dir in den elf Jahren irgendwie dein Interesse auch gewandelt, dass du sagst so, ich möchte woanders hin? Also man sieht schon Sachen, wo interessant wären, jetzt zum Beispiel, ähm, interessant wäre für mich zum Beispiel eines Tech-Tipps mal gewesen, wäre witzig gewesen, bei denen reinzuhuschen, eventuell auch bei denen, unter anderem dem Labor ein bisschen mehr nochmal da hinaus, aber es, am Ende würde ich wahrscheinlich immer in Richtung zur Spannung reinziehen, weil das einfach meine Welt ist. Da bin ich einfach, ich kann's halt einfach, das ist das Problem. Ja. Man weiß nicht mehr so, aber da fühle ich mich am wohlsten. Also würdest du sagen, dass dich dieser Job auch mit Freude erfüllt? Also dass du da nicht nur hingehst, damit du am Ende des Monats Geld hast? Ja, also man hat, manchmal geht man raus und denkt sich, boah, keine Lust morgen, aber manchmal denke ich auch, boah, da kommen jetzt die Teile, das sei schon geil, aber darum rumzuspielen. Und den Spaß zu haben, da rumzukämpfen, bis das, dass da ein schönes Teil rauskommt, wo alles perfekt ist und du denkst, geil, hast du was geleistet? Ich hab noch, ich hab noch zwei Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Und zwar erstens, wie sieht denn so der Arbeitsmarkt aus? Also wird eure Zunft noch sehr viel gesucht oder ist das eher so mäh? Ja, wir suchen bei uns in der Firma allein schon händeringend Leute. Also gesucht wird durchaus, ja. Okay, also denkst du auch, dass das so ein Job ist, wo noch Zukunft drin ist, ja? Ja. Okay. Und jetzt hab ich noch eine Frage. Das ist meine letzte aus meinem Katalog. Was war das geilste Teil, was du für dich privat gebaut hast? Nur für dich privat, nicht auf der Arbeit. Oh. Ich hab nicht viel privat gemacht. Oh. Ich hab jetzt gedacht, du kommst mit so einem richtig schönen Ding um die Ecke geknallt. Das, ich das meist, also ich kann dir zeigen, was ich für die in der Firma eigene Projekte gemacht habe für Sachen, wo richtig geil waren. Da hab ich auch Videos von der alten Firma, wo ich damals machen durfte. Das ist geil. Ja, privat. So, weiß ich nicht. Ich hab mir, weiß der Geier, was du dir gebaut hast. Mir fällt gerade nichts ein. Weil du nämlich auch schon sagtest mit dem 3D-Drucker, dass du da auch unterwegs bist. Ich hab so eine Vorstellung, dass wenn man bei dir in eine Bude kommt, irgendwie so einen automatischen, weiß ich nicht, irgendwie ein Robot, der dir den Arsch abwischt oder sowas, weißt du? Also jetzt mal super fancy gesprochen. Ich hatte viel, was ich machen wollte, ganz ehrlich. Ich kam aber nie dazu, weil die ganze Zeit ich irgendwas im Kopf hatte zu machen, vom Geschäftlichen her. Und dann ist das Problem, Maschinen sind belegt und willst dich nicht runterreißen, weil du weißt, scheiße, du musst dich später wieder hinrichten. Ja. Und dann denkst du dir, komm, irgendwann hast du vielleicht mal die Luft, dass du kannst. Aber derzeit musst du dich auf das konzentrieren, weil man hat auch einen kleinen Betrieb, du musst halt gucken, dass Geld reinkommt. Ja, klar. Sonst würde es nichts. Ich hab immer gedacht, okay, wenn ich die Firma mal übernehme, dann hab ich später mehr Zeit. Ich kann mir wesentlich mehr Freizeit geben, kann einfach mal runterreißen, was machen. Und hab das eher immer so nach hinten verschoben. gesagt, komm, hat immer noch Zeit. Kann man immer noch machen. Muss ich erst mal gucken, planen, machen, hier und da. Weil einfach so kannst du auch nicht reinspringen. Und deswegen ist es nie wirklich weit gekommen. Okay, dann stellen wir die Frage einfach anders. Was wäre das Coolste, was du für dich selber privat bauen würdest? So. Ich würde mir gerne eine Fräsmaschine bauen. So eine schöne Hobbyfräse zusammenbauen. Du hättest alles sagen können. Ein Raumschiff, ein Auto. Ich möchte eine eigene Fräsmaschine haben. Hey, aber okay. Gut. Ich kenne einige, die das gemacht haben. Ich bin hier in einigen Gruppen unterwegs, die Hobbyzersparner sind. Die kommen teilweise als Elektroniker raus. Elektriker. Okay, cool. Haben sich einer, wo ein guter Freund von mir ist, der hat sich eine eigene Fräsmaschine komplett aus Mineralguss gegossen und zusammengebaut. Auf der produziert er jetzt für seinen Nebenjob. Er hat eine eigene Firma aufgemacht, eine kleine und produziert auf der. Ja, okay, cool. Ja, für uns, also für mich klingt das ja, ich finde das ja super witzig, wenn ich das jetzt höre, dass du sagst, okay, ich will mir mit einer Fräsmaschine eine Fräsmaschine bauen. So, du denkst dir als Laie jetzt, hey, du könntest halt alles bauen, so. Aber warum baust du dir eine Fräsmaschine? Aber natürlich baust du dir eine Fräsmaschine, weil dann hast du ja eine Fräsmaschine zu Hause und kannst ja alles bauen, was du willst. Genau. Du bist halt ein richtiger Fünfer. Ja, du baust dir das zusammen, was du für dein Nutzen zu Hause brauchst. Sofern du den Platz dafür hast, wohlgemerkt. Wenn das ist auch noch eine Sache. Ja gut, aber also, spinnen wir mal dieses Szenario gerade weiter. Wie groß wäre die denn? Groß wäre es nicht, glaube ich, Innenmaß. Also das, was ich bearbeiten könnte, hatte ich irgendwie so wie im 3D-Druckbereich 300x300x300 gesagt. Nicht größer. Mehr brauche ich eigentlich nicht, weil es am Ende dann auch hilft für einen 3D-Drucker, was zu machen und hier und da. Also reden wir von 3x3x3 im Beta. Ja, so Außenmaße könnte es so hingehen, wenn man jetzt nicht hingeht und wirklich alles extremst optimiert und macht. Du bist halt einfach ein richtiger Fuchs. Das erfüllt mich gerade mit Freude. Das erfüllt mich gerade wirklich mit Freude, jemanden zu hören, der halt so ein richtiger Fuchs ist und sich sagt, ja, na gut, warum soll ich denn irgendwas Dolles bauen, wenn ich doch einfach das Ding bauen kann und dann andere Sachen bauen kann. Dann bin ich Drache, wenn du nicht noch großartig weißt. Also du kannst natürlich, ich gebe dir diesen Raum, aber ich habe keine Fragen mehr. Also ich habe wirklich alles gefragt, was ich fragen möchte und ich bin dir wirklich sehr dankbar, dass du uns slash mir den Einblick gegeben hast in deinen Job. Also du kannst gerne noch ein bisschen was erzählen. Den Raum lasse ich dir. Und ich sage auf jeden Fall danke. Ja, vielleicht hat der Chat noch Fragen. Oh, stimmt. Hab ich ja noch mal was gesehen. Oh, Drache, du bist wieder da, wieder mehr Fuchs als ich. Chat, habt ihr noch Fragen an Drache, die euch jetzt brennend interessieren? Ich scrolle mal ein bisschen hoch. Ich habe vorhin was gesehen, einer hat gefragt, welche Maschinen ich anarbeite. Wie viele Bohrer hast du schon abgebrochen? Viele. Okay. Also, ich glaube, der teuerste Bohrer, der hier gemacht hat, war 600 Euro. Ein 600 Euro Bohrer? Den habe ich einfach so ins Material reingerammt. War witzig. Okay. Ja, ich habe vorhin was gesagt vom Wendeplattenbohrer. Da kostet der Grundkörper, weil du den eigentlich einmal kaufst und der drei, vier Jahre hebt, kostet halt der Grundkörper vier bis 600 Euro, je nach Größe. Bis mehr. Klar, je größer wird, desto teurer wird er. Die sind meistens teuer. Okay, jetzt kommen Fragen. Jetzt kommen gute Fragen. Gibt es eine Macke, die du aus dem Beruf mitgenommen hast? Die ganze Zeit zu gucken, ich sehe irgendwas und überlege mir, wie könnte ich das auf der Fristmaschine fertigen? Es fängt an im Kopf zu radern und überlege, wie spanne ich das? Wie mache ich das? Wie wird das kompliziert? Und dann manchmal muss ich dich bremsen und sage, ey, bleib weg. Du hast nicht überlegen, wie du das fertigst. Das kannst du einfach kaufen. Ja. Also das ist so eine Macke. Man guckt immer drauf, wie man was fertigen kann. Und wie man was irgendwie optimieren kann. Zeittechnisch. Was passiert mit Teilen, die minimal außerhalb der Toleranz sind? Es kommt drauf an, hast du noch Material drauf, was du wegnehmen kannst? Dann arbeitest du dir nach, wenn sie so draußen sind, dass du nichts mehr machen kannst. Dass entweder die Frage ist, kannst du mit deinem Kunden reden, ob das schlimm ist. Das heißt, du rufst an, fragst den, ey, ist das arg schlimm? Oder wenn es wirklich wichtig ist, maßlich fliegen sie raus, dann verschrottet. Okay. Also da wird nicht lange rumgemacht. Spitzraumfahrt. Würdest du gerne, ne, würdest du auch gerne deine hergestellten Werkstücke auch mal zusammenbauen? Das machen wir zum Teil. Wäre aber ja, es wäre nice, mal manche Teile wieder zusammenzubauen, weil das schon nette Geschichten sind, was da drin runterkommt. Mal wirklich das zusammenzubauen, dass man sieht, wie das am Ende auch aussieht und aufgebaut ist. Weil man lernt dadurch auch, was nachher fürs Zusammenbauen wichtig ist. Und das kann man immer mitnehmen. Weil dann weiß man direkt, was man beim Herstellen beachtet. Wo wirklich dein Hauptfokus drauf sitzt. Okay, die Frage, die kam vorhin schon, die ist wichtig. Wird man regelmäßig ärztlich untersucht in Bezug auf die Dämpfe? Ne, es gibt in vielen Firmen den Firmenarzt, wo man besuchen kann, der jährlich oder halbjährlich kommt. Aber so gesehen muss man nicht. Nicht so fern wir jetzt davon reden in Produktionen, wo du wirklich viel mit extremst aggressiven Stoffen handelst. In den meisten Fällen ist schon die BG-Regelung so, du musst als Firma darauf achten, dass deine Mitarbeiter nicht krank waren daran. Also du musst dafür sorgen, dass es Atemmasken gibt, wenn Stoffe in die Luft kommen und so weiter und so weiter. Hast du dich mal an einem Bohrer geschnitten? Bohrer nicht, aber Fräser öfters. Die Dinger sind sauscharf. Was ist das Schwierigste an deinem Job? Oh. An alles denken zu müssen. Also du fangst an, hast deinen Teil, du musst gucken, deine Zeichnungen. Die Zeichnungen sind teilweise, wir reden hier von Ingenieuren, die sehr viel auf eine Zeichnung drauf packen. Du hast sehr viel auf einmal. Du musst beachten, gucken, wo sind deine Passungen, dass du jede drin hast. Darauf achten, dass du deinem Teil auch mischst. Dass du beachtest, dass dein Werkzeug entsprechend genau stimmt. Und vorher vielleicht ein bisschen sagst, ey, lass mal ein bisschen mehr drauf in der Maschine einstellst. Dass du die ein bisschen noch drauf lässt, dass du nochmal nacharbeiten kannst. Darauf achten, dass deine, weil wir müssen halt auch, weil wir verschiedene Materialien teilweise hintereinander arbeiten, dass wir die Maschine sauber machen, weil wir Materialtrennung machen. Weil jedes Material hat seinen eigenen Wert. Und es ist ziemlich wertverfällt, wenn es vermischt ist. Und dann halt Temperatur achten, dass deine Maschine nicht einen Luftzug bekommt und einen Extremtemperaturverfall auf einer Seite hat, was deine Maße ruinieren kann. Also du wirst die ganze Zeit nur hin und her schauen, dass alles um dich herum passt. Und das ist das Schwierigste. Nebenbei musst du noch denken an eine Sache. Eventuell. Wie oft verfluchst du den Menschen, der die Zeichnung angefertigt hat? Sehr oft. Ingenieure sind unter Zerspart und eigentlich das Meistgehasste. Weil die Leute wissen teilweise nicht, wie etwas hergestellt werden muss. Die sagen einfach, ihr müsst es machen. Und ob das am Ende überhaupt wichtig ist oder nicht, das interessiert sich die teilweise nicht. Was stört... Okay. Ja. Kann ich? Oder wolltest du noch was sagen? Ja, kann ich weiter machen. Okay. Was stört dich am meisten an dem Job? Ähm. Am ehesten, dass gewisse Sachen nicht zum Standard gehören. Also, zum Beispiel, dass Maschinen heutzutage nicht standardmäßig mit einer Absauganlage gestattet sind. Also das ist das meiste, was mich stört. Ich hab da teilweise ein Maschinengerät, wo man sich wünscht, oh Jungs, eine Absauganlage kostet nicht so viel. Knallt das drauf. So schwer. Du musst nicht die ganze Scheiße jedes Mal da im Dampf stehen. Also so, dass teilweise und auch, dass man vielleicht ein bisschen gehemmt ist, teilweise auch mit Lohnzahlungen. Also, dass man versucht, egal wie genau man wird, trotzdem versucht, Mitarbeiter so billig wie möglich zu bekommen. Das sind so die Sachen. Wie oft macht er eine Kalibrierung an der Maschine? Leider nicht so oft, wie man es eigentlich machen sollte. Klar, dadurch, dass wir die Teile jedes Mal hundertprozentig messen, an der extra Maschine. Die Messmaschine wird jährlich kalibriert. Muss sie. Ansonsten wird es kein Grund, uns die Teile abnehmen. Aber die Maschine selber, die wird erst dann kontrolliert, wenn irgendwas nicht mehr passt. Was ist die größte Maschine, an der du arbeitest? Die hat jetzt, ich glaube, die größte Maschine, die wir im Geschäft haben, das ist eine DMG-DEMU80 Monoblock Iden. Die hat einen Tisch, der hat einen Durchmesser von einem Meter. Das ist ein riesen Klopper, quasi. Wenn man jetzt groß generell wieder sieht. Ich habe eine Frage, ich finde sie nicht wieder. Die war so gut. Wie ist euer Betriebsklima? Sehr locker. Also, das ist das Schöne. Der Chef ist relativ locker. Und auch wenn er zum Eltern Eisen gehört, leider auch ein bisschen ein Problem, weil er... Man muss vorsichtig sein mit gewissen modernen Sachen. Auch Sichtweisen auf Mann und Frau und so weiter. Leider. Aber sie sind relativ locker. Also, mein Vorgesetzter, du redest per du mit allen, bist super locker, macht Späße. Also, man verarscht sich laufend gegenseitig ein bisschen, lacht die ganze Zeit. Also, es ist fast freundschaftlich. Also, es ist sehr, sehr locker. Werden die hergestellten Gegenstände nochmal extra gegenkontrolliert? Ja. In der Raumfahrt, wir geben jedes Mal ein Prüfprotokoll raus. Also, die werden, wenn sie fertig sind, gemessen. Ein Prüfprotokoll wird erstellt und damit gehen die raus. Und der Kunde misst die immer nach. Raumfahrt immer. Also, bescheißen ist nicht. Die messen nach. Und wenn was nicht stimmt, hast du ein Problem. Dürft ihr rauchen, äh, rauchen slash am Handy sein während der Arbeit? Rauchen dürfen wir, weil Chef ist auch Raucher. Der würde niemals die Regelung machen, dass Rauchverbot ist. Handy ist gemixt. Offiziell herrscht Handyverbot, weil viel ist da drin. Und zu 90% ist alles da drin unter NDA. Deswegen kann ich auch nicht viel dazu sagen, zu den Teilen. Weil die alle streng geheim sind. Und dementsprechend sollte man kein Handy da haben, aber man macht ein bisschen drauf. Das ist auch jetzt. Wie ist dein Verhältnis zu den Quali-Tötern? Ich habe kein Problem mit unserem Messtechniker. Also mit dem, derjenige, die das am Ende misst. Ich bin relativ locker. Man arbeitet zusammen. Und er ist auch relativ locker drauf. Also, man ist auch da sehr freundschaftlich gegeneinander. Weil am Ende, er muss es messen. Wenn er sagt dann halt, hier, das passt nicht. Und so ist es halt. Man weiß beide, geht halt nicht anders. Und manche Sachen kann man halt erst wissen, wenn er es misst. So ist halt die Welt manchmal. Hattet ihr in der Firma schon mal größere Unfälle? Also in Bezug auf Zersparnung? Ich hatte jetzt in keiner Firma, wo ich da war, Unfälle großartig miterlebt. Aber ich kenne Geschichten von Unfällen, die teilweise sehr heftig sind. Also von einer, der hat an der Drehmaschine eine dünne Welle ausgespannt hat. Lang, die dann, wie es halt so ist, wenn sie mit hoher Drehzahl dreht, irgendwann rausgebogen hat und dann auf seine Hand geschlagen hat. Er hat heute noch eine ordentliche Marke dafür in der Hand. Da hat es eine richtige Delle drin. Dann von jemandem, der beim Aufstellen von einer Maschine, von einem Stanglader, von einer Drehmaschine, die ist auf ihn gefallen, als er ist umgekippt. Die Maschine ist auf ihn. Der war schwer verletzt. Den hätten sie mit dem Heli rausgeholt. Also es gibt da schon teilweise heftige Geschichten. So direkt selber erlebt, hatte ich nicht das Höchste, was bei mir war, dass man sich mal geschnitten hat oder dass man sich mit einem Hammer auf den Daumen gehauen hat. Dann würde ich jetzt eine letzte Frage noch reinschieben. Warum zählt der Betrieb nicht zur IG Metall und würde er es besser finden? Also du. Ein Betrieb muss nicht direkt zur IG Metall gehören. Man hat die Regelung für Betriebsversammlungsgesetz, war ich es glaube. Also die Leute haben ab, oh jetzt muss ich überlegen, waren es ab fünf Mitarbeiter, können die einen Betriebsrat gründen. Der Arbeitgeber muss einem das gestatten und ab da an ist dann die IG Metall mit drin, entsprechend. Aber solange die Firmen, also die Mitarbeiter keinen Betriebsrat gründen, ist auch keiner. Also ist auch kein IG Metall direkt immer wird. Aber die meisten Firmen halten sich ein bisschen an die IG Metall Sachen, was die da machen, weil sonst würden die auch keinen Mitarbeiter kriegen, wenn die nicht da anstehen. Gut. Möchtest du vielleicht noch die Möglichkeit nutzen, abschließende Worte zu wählen, Drache? Yo! Weil ich würde so langsam zum Ende kommen. Twitch Prime, die mehr kostenfreie Möglichkeit als Streamer deiner Wahl zu unterstützen. Abschließende Worte. Wenn es irgendjemanden interessiert, kann man sich immer mit befassen. Es gibt viele Hobby-Bereiche, wo man reingehen kann. Es gibt Sachen, wo man sich angucken kann. Es gibt Firmen, die geben, die haben eine Seite, wo die einem zeigen, was es an Fakten gibt und genau ich kann, präzisionsmäßig. Was einem bewusst wird, wie klein wir messen können und so weiter und so fort. Aber das wollen wir mit befassen. Es gibt viele Netzeiten, die einem ein bisschen was zeigen können. Es gibt viele YouTuber, die in dem Bereich unterwegs sind, die ein bisschen was zeigen können. Wärst du vielleicht so freundlich, Drache? Und kannst vielleicht ein, zwei, drei Links ins Discord hauen, in den Job-Talk, damit Menschen wissen, wonach sie gucken können. Dass sie da vielleicht, wenn sie jetzt wirklich Interesse haben und sich fragen, hey, was macht er denn wirklich? Dass sie da ein bisschen klicken, weil du kennst dich damit besser aus und kannst ihnen die Pforte öffnen nach Narnia. Ich kann zwei, drei Leute, die im Hobby-Bereich unterwegs sind, rein sind und auch mal ihre eigenen Maschinen zeigen, kann ich verlinken. Das wäre schön. Ansonsten gibt es viel englischsprachige Kanäle, die halt sehr in dem Bereich sind. Muss man halt in englische Sprache mächtig sein teilweise. Da werden vor allem manchmal hier und da ein paar Worte. Aber ich kann ein paar Kanäle reinschmeißen mal, oder jemanden, den es interessiert. Das wäre super. Ich kann einen reinhauen, der eben Ami, der ist bei vielen Firmenbesichtungen drin. Der hat unter anderem eben Sunvik auch beobachtet. Da war er drin, da sieht man dann die komplett menschenleere Produktionshalle. Und da ist bei vielen anderen Firmen drin, Maschinenhersteller ist ja schon durchgelaufen, wie die das machen. Bei anderen Firmen, Blechverarbeitung und so weiter. Und lässt sich das einmal erklären, was die da so machen. Das würde ich als Einschlaflektüre sogar sehr feiern, ehrlich gesagt. Ja. Mein Interesse ist geweckt. Dann, was noch interessant ist, es gibt einen Maschinenhersteller, der viele Videos macht. Haas zum Beispiel. Die machen sehr viele interessante Videos über ihre Maschinen mit auch mal so Tip-of-the-Day-Sachen, was mal ganz witzig sind. Und ob das jetzt einem immer weiterhilft, ist eine andere Sache, weil es ja Maschinen speziell ist für deren Maschine. Aber, ja. Ja, Haas hat auch ein F1-Team. Ach, das ist das, ja? Ja. Okay. Haas Automation. Ah, Automation. Haas Automation. Weiß nicht. Alright. Das sind Maschinen, wo man sich zum Teil auch als Privatmann leisten kann. Schon. Sie sind im Preis von einem Automobil. In der Region bewegen die sich. Kann man sich natürlich privat leisten, schon. Wow. Ich meine, die kleinste fängt bei 20.000 Euro an. Kann man sich mal in Keller stellen. Wenn man jetzt vergleicht, die Maschinen, an die ich arbeite, die kosten 600.000. Ja, natürlich. Das ist aber ja jetzt auch trotzdem noch ein stolzer Preis, ne? Ein stolzer Preis, aber mehr erreichbar als andere. Natürlich. Mit gewissen Einschränkungen natürlich. Geld, der Preis von manchmal kommt nicht von ungefähr. Ja. Drache, danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich fand das wirklich unfassbar geil, mal mehr darüber zu erfahren, was eigentlich da draußen so in dieser Welt passiert und was es für Jobs gibt. Ja. Ich bin gespannt auf die Nächsten, die da mal reingucken und ihren Teil erzählen, wie das von ihrer Sicht ist. Ja, also für mich ist das gerade so, für mich öffnen sich wirklich ganz viele Türen und ich finde es sehr, sehr toll, also nochmal, dass du so als Pilot dich reingesetzt hast und gesagt hast, na klar, ich halte die Flagge hoch für Zersparner. Ja, und ich hoffe, wir hören uns bald nochmal wieder, Drache. Vielleicht zu irgendwas anderem Schönem, wenn du deine erste eigene Maschine gebaut hast für dich, privat. Ja gut, es kann noch ein paar Jahre dauern. Hey, aber ey, so hast du zumindestens mal ein Ziel. Ja. Aber du weißt, es gibt ja noch andere Sachen, worüber man reden kann, muss ja nicht immer Beruf sein. Das ist richtig, aber das haben wir ja auch beide schon gemacht, nicht? Das kann ja auch mal wieder passieren. Also fernab davon. Dann, also ich sag Tschüss, vielleicht möchtest du auch noch Tschüss sagen, aber ich sag dir Tschüss, Drache, Dankeschön nochmal. Also wirklich ein ganz großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, das alles zu erklären und ich wünsche dir einen wunderschönen Start in die Woche. Ja, und ich wünsche euch auch einen schönen Abend noch, hoffe, eure Woche wird wunderbar und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Aber sowas von. Haust rein, meiner. Jo. Tschüss. Tschüssi, tschau. Nice. Es ist besser, als ich es mir vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Also es ist besser, als ich es mir vorgestellt habe, was über eure Jobs zu erfahren. Also natürlich muss man, ähm, muss man sagen, dass sehr viel sehr abstrakt ist, im Sinne von sehr viele Fach... Also ich finde, Drache hat schon sehr gut, sehr viele Dinge sehr gut, äh, erklärt. Das wird aber jetzt wahrscheinlich für Leute, die zersparen, äh, sind oder in die Richtung arbeiten, einfacher gewesen sein, das zu verstehen. Aber man hat so viel fucking Verantwortung, das ist richtig krass. Ja, blitz me. Also, für die Leute da draußen, die das eventuell jetzt interessiert. Passt auf. Ich mache alle zwei Wochen, äh, alle zwei Wochen findet das hier statt. Äh, zum Einmannsonntag. Ich möchte einfach euch da draußen einladen, mit mir über eure Jobs zu sprechen. Mir ist das völlig Bums, was ihr arbeitet. Mir ist es wirklich sowas von Rille. Von Bestatter bis Maurer, Lehrer, Programmierer, Real Estate, Management, dies, das, ananas, was auch immer du machst. Und selbst wenn du irgendwas studierst, schreib bitte, im Discord ist ein Channel, der heißt Job Talk. Da könnt ihr gerne, die mehr kostenfreie Möglichkeit, als Streamer deiner Wahl zu unterstützen. Äh, da könnt ihr gerne in diesem Channel eure Bewerbung schreiben. Und ich frage immer eine Woche vorher, ob jemand Lust hat, äh, zu einem Termin, äh, da zu sein. Ich mache das immer sonntags, am Abend, damit die Leute, die arbeiten müssen, äh, zumindestens, der Großteil geht ja unter der Woche arbeiten, dass er sich mit mir hinsetzen kann. Ich werde super viele Fragen stellen, also am Anfang, damit ihr auch ein bisschen damit warm werdet. Also ich nehme euch jetzt mit an die Hand und schmeiße euch nicht einfach, äh, und schmeiße euch nicht einfach, äh, in den, in den Dings rein. Äh, ins Meer. Aber ich würde mich wirklich sehr freuen. Also meinetwegen, mir, wie gesagt, mir ist das völlig Wumpe, was ihr, was ihr arbeitet. Ehrlich. Spielt für mich keine Rolle, hier gibt's kein Besonderes oder Langweilig oder was auch immer. Aber, ey, meinetwegen, auch wenn du in einem Callcenter arbeitest, ganz ehrlich, auch das würde ich gerne wissen.